aber das soll ja nicht wissen mein schöner zimmer was ich demnächst noch machen werde ist dann wieder eine automatische erntefahr machen ja auf jeden fall hinterm 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 lager ja da wolltet ihr ja genau da sollte alles mögliche sachen darf ich die dann wieder bauen ja ne klar du machst sowieso was und willst von daher ja das stimmt so wie stolz ja aaaaaa gut das dazu michi sag doch mal was was denn du sollst auch was fragen boah nein michi macht das schon richtig fast fast einfach den schnabel halten oder was ne so trocken zu antworten finde ich gut was ne ich finde das gut das ist halt michi professionell das stimmt aber Das wird eh nicht irgendwie richtig hingekriegt, dass das nicht passiert Wie, sonst rein durch die Venn? Ja, gerade bei mir so ein bisschen durch War irgendwie ein Fehler Ein Failures Mod Ein Fehl Sonic Jesus Unbelievable Failures Mod Und dann sind wir heute wieder lustig, sag ich Hm Tintl... Tintl... Ist das Michi? Ne, Marcy Weil es so leise ist Oder wer war das eben? Ich ganz für sicher nicht Naja, es war natürlich der Marcy Ich weiß nicht, wer ist Marcy? Genau Weiß ich nicht Mein Bruder ist Masi. Mein Bruder ist Masi, hallo! Ne, deine Mutter sag ich. Hoi, meine Mutter! Das sieht ja schon aus, das ist toll. Meine Mutter, meine Mutter! Ich bin ever of the world! Und du hast'n Knacks weg, du hast'n Knacks weg, lalalalalala! Schon besser. So, zack. Aber ich hab' auch'n Knacks weg, lalalala! Nein! Das hab' ich schon öfter in meinen Videos gemacht, dass ich vor'n Knacks mal wieder weg habe. Haben sie gesagt? Hab' ich gesagt. Ich geb's halt zu. Ja klar, ich geb's ja auch zu, dass ich den Knacks weg habe. Aber wenn du's nicht zugibst, dann bist du doch geklappt, ey. Ach. Ich frag mich, warum man sowas nicht zugeben sollte. Oh mein Gott. Ich hab' gerade zwei Eimer spielen. Ja, das sieht doch kacke aus hier. Toll. Hä? Hä? Eich... Ehhheh? 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 Weit nicht. Jetzt müssen wir überlegen, wo wir hier Fenster noch reinsetzen. Ich mach' jetzt erstmal alles zu mit Stein und dann irgendwann... Oh, ja. Jo. Ich mach' das auch immer. Ich setz' immer erst alles und dann.. ...kommen bei mir die Scheiben rein. Kann man noch ein bisschen abschätzen Ach, ja, jetzt sehe ich es auch mit den Sonnenstrahlen Genau da, wo du bist Da kommt ein Sonnenstrahl durch Immer wenn du dich bewegst, bewegt der Sonnenstrahl mit Sonnenstrahl kommt aus deinem Arsch Aus deinem Arsch kommt der Der ist doch so Jetzt streiten sie sich aus, welchen Arsch der kommt Nee, aber es ist doch krass Der kommt aus deinem Arsch, nein, aus meinen Nein, aus deinen Nee, ich meine, ich sehe das doch direkt Ja, ja Bist man wieder so lustig Sind wir das nicht alle? Mann Damit hat er gerade seine Antwort bekommen Sind wir nicht alle ein bisschen blühen? Was sind hier? Ich weiße nicht Biduna Willst du wohl was auf die Fresse haben? Nee, aber du Biduna Muna Ich habe so viele Wände schon Das ist ein Kopf, ein Wandvollkopf Lalalalalalalalalal Was für ein Brett vorm Kopf hast, das wissen wir ja Danke Das sieht so geil aus wie dieser Steinwerfer Du bist wie so ein, doch, du bist wie so ein Scheinwerfer Der mir die ganze Zeit folgt hier Stehe im Brampenlicht, juhu Ach ja Ja Erstmal wieder eine lustige Runde heute Ja Hm Boi Ich habe deine Villa fast fertig Seine, was? Was ist denn du denn? Ja So Ich komme jetzt mal gucken Ja Bei mir ist auch ein Creeper drinne Na komm Diese scheiß Müssfücher, die gehen so einen so auf den Sack Okay, ist nicht viel Er schafft das natürlich immer, dass das Ding explodiert Das ist richtig Nein, ich bin nur weggegangen Aber okay, er hat ja nicht viel mitgerissen Ja, aber du schaffst das jedes Mal, dass das explodiert Nicht immer Widersprech mir nicht Anfälle ohne Nein Besonders Spaß bringt das, wenn du die Cam dabei laufen hast Natürlich Boah Und man sich das hinterher anguckt Boah Das hasse ich mir manchmal auch nur am Kopf Oh Mann, ich bin so ein Idiot Oh nein Hm, das ist wirklich gut Erst aber wo Marzi und ich unsere ersten Sachen aufgenommen haben, dachte ich mir auch mal so Hm, 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 okay Okay Okay, er hat eine Treppe mitgerissen Schade Ist aber normal Aber nach der Zeit wird das immer was Okay, bei uns finde ich das jetzt eigentlich mal gar nicht so schlimm Also Ging eigentlich bisher Wo ich da mit dem Aufnehmen angefangen habe, habe ich, ähm Ich glaube, vier oder fünf Versuche gebaut beim ersten Mal Ja, besonders bei den Exorcisten, ne? Ach nee, nicht bei, nee Bei, bei, bei Dings hier Wie heißt er? Wie heißt er? Das andere Das Idee Nein, nicht das Aber da hast du auch ersten, zweiten Anlauf gebraucht Nö Natürlich Das sieht man noch Ja Ja, ich hatte, weil das im Video noch drin ist Ja, ich hatte, weil das im Video noch drin ist Da habe ich mich nur verklappert Haha Nein, ich meinte, wo ich, äh, richtig angefangen habe mein Let's Play Achso Wo sind Außer wenn es dir so peinlich zuerst vorkommt Trag Masi, wo ist denn dein Haus? Ich will dein Haus sehen Und ja dann? Und Ich will einziehen Ich will einziehen Ich will Kinder mit dir machen Ich will dein Geld Ich will Alimente von dir Ich will Alimente von dir Ich will Alimente von dir Wie komme ich da hin, auch bestimmt hier rechts an So Es wird dann mal wieder abgerissen, ja Es gibt sogar fast direkt einen Weg von Christa zu Ja, klar Warte, da, hallo, huhu Wo, was? Boah, die Treppe ist nicht wieder Du standest, glaube ich, gerade an so einem Fenster, wa? Ja Hallo, huhu Schräg gegenüber, rechts Rechts von dir Hallo Ach da Oh Holte dich irgendwie geradezu durch erstmal Ich glaube, du wirst da erstmal irgendwo rausfallen Wieso noch lange nicht fertig, das ganze gute Ding Dann fällt da erstmal irgendwo rausfallen Wie nett Müssen wir die ganzen Wände hier noch verzieren, denn In dem Berg Damit das ein bisschen wohnlicher aussieht Ja, wird doch noch alles gemacht Ja Nein Scheiße Hast du was falsch gemacht? Ja, ich hab Holz benutzt Das ist, glaube ich, nicht ganz so gut Na Michi Na Michi, weißt du, ich hab's ja auch von erzählt, was ich in diesen Durchbruch mit reinballern will Lava Na klar Aha Tu mit deiner Lava immer Gehörst du da unten mit zu deinem Haus? Ja Cool Ah, und das hinten Äh, warte mal Mischi so aus? Mischi so aus? Mischi so aus 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 Danke toll, du Arsch Hä? Du hast doch noch gar nichts gebaut bei dir, Mann Lies bei mir vorbei Ich hab was gebaut, siehst du denn das nicht? Ja, das unten Ja, doch, ich hab doch geguckt gerade Aber Michi hat auch einen schönen Ausblick hier auf den Berg Vor allem cool, finde ich Wie er die Birken, die Birkenstämme hier gesetzt hat Das sieht mit dem Textwerkpack bei mir total geil aus Schleim dich mal nicht so ein bei ihm Warum? Er macht das so gut Was hältst du? Warum? Mir ist doch schon egal Mich mag ja eh keiner Tüch, tüch, tüch Er ist sogar besser als ich beim Bauen Er macht das richtig Er setzt das alles schön kreativ um hier Ich glaub Nö, klar nicht Doch Ich doch Ich wünsch dir, ich wär so kreativ Wah, Autsch Toll Was kann bei mir passieren jetzt? Ich falle den Stockweg weit runter Uh, dann ist die Etage erstmal gleich fertig Naja Komm, man sollst du deinen Scheiß ja nicht runter, Marci Nö Kommst du auch noch nicht wirklich hoch Du kannst es sehen, wenn es fertig ist Guck doch nicht mal jetzt nah Ich hab mich die Sau noch nicht angeguckt Ich seh mich die Sau noch nicht angeguckt Ich seh mich die Sau noch nicht, steht nicht aus der Ferne Okay Ah Ich bin im DM jetzt noch Jetzt kannst du mich schlagen Schlag mich du Sau Okay, warte Schlag mich hart Ne, ne Leck mich fett Ich brauch noch Steine Was du brauchen? Steine Ich brauch noch Lehm Ich werd Ich brauch noch richtig, 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 richtig viel Lehm Ich brauch noch richtig, richtig viel Geld Steine brauchst du Ich hab Hier oben 37 Hast du auch Äh, Steinziegel? Nö Du Loser Sowas belütze ich nicht Okay Ich kann aber welche machen Daraus Okay Ach, mir fällt übrigens noch ein Ich wollte ja letztes Mal noch ins Nether Leuchtsteine formen 36 Stück hab ich jetzt Nimm dir doch den Chris mit Ach, der Chris kriegt Der will ja da oben sein, doch lass mich fertig machen Na, so viel Lehm wie ich brauch Ich tu hier in die Kiste hier unten die Steinziegelern Danke Und einen Stein Ah, schön Hä, hast du nicht ihm gesagt, du besitzt sowas nicht? Ich hab grad welche gemacht Ach so Okay Cool Hast du mir noch nicht zugegeben? Nee, nee Irgendwie hab ich grad Nichts gehört Krass 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 Ich merke mir aber auch nicht, wie das Ding gebaut wird Oh man, ich hab keinen Bock mehr, so viel Ich hab auch kein Glas mehr Wie lange machen wir noch, Chris? Eine Stunde, oder? Sieben nachher haben wir angefangen, dann kannst du ja mal rechnen Eine Stunde? Eine Stunde 45 machen wir immer Ja, 52 So Oh Gott, okay Nicht falsch rum, Mann ey Drecksding So Pfeile, ganz viele Pfeile Hopp Hoppidi, hopp, hopp Hopp Hopp, hopp, hopp Hoppidi, hopp, hopp, hopp Hopp Achja, das ist halt dafür nix mehr Ist glaub ich besser so Hehehe, bist du lustig, hehehe Oh, ich bin MC lustig Oh, ich bin MC lustig MC lustig MC lustig Ähm, ja Ähm, ja Ob ich das ja auch nochmal weg Ich hab hier nicht Ich hab hier noch kein Glas Ich hab hier noch kein Glas Warn euch, ich sollt nicht gucken Wer war das? Ich werd ihn finden Was sollst du auch wenn zu fliegen? BuzzFenix, eindeutig Nein, ich weiß gar nicht was du meinst, ich bin im Haus drin Ich hab hier vorne Okay Das werd ich dir das eine Mal noch Lalalala 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 Boah ey, Michi, du bist doch verrückt Ich geh jetzt auch mal bei Michi Boah, kannst du am besten jetzt sehen wenn du fliegst Scheiße ey Scheiße ey Ja Man, man, man Naja Michi ist Er sagt, er hat keine Ideen, ne? Tch, aus von Pastore OP Hast du Stein? Schön, nochmal, hä? Stein mit Ich hab kein Stein Hast du? Mhm Schön da rangezumpft nochmal Danke Bis jetzt doch was, ne? Was ist das? Boah Was ist Stein? Stein Stein Was ist das? Ich guck mal von Ich guck mal von innen, Michi Da hast du Hat er sich hier nen Amboss gemacht?